Willkommen Willkommen, heute gibt es wieder U. Okay, machen wir ein bisschen Katastrophe. Gibt es da irgendwas dafür, wenn man hier so Katastrophe anrichtet? Scheint nicht so. Äh, ja. Alles klar. Ist klar, meine Freunde. Wo muss ich hin überhaupt? Wissen wir nicht. Ähm. 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 ok ja aber wie kriege ich die kisten hier ganz nach unten ja 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 Oh, ich bin hier. es wäre nur eine ja jetzt hier runter ja Ich würde sagen, das war falsch. Ich würde sagen, das war falsch. Ach so. Vielleicht war es ja doch gar nicht so falsch. Ähm. Was gibt die? So. Ach so. Ja, doch. Natürlich war es falsch, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ah, warte mal. So. Dann schalten wir blau komplett aus. Und dann schieben wir sie durch. So. Und dann können wir hier wieder hoch, können hier wieder rein und können dann orange benutzen. Wir können dann hier hochgeliebten Glühler benutzen. Äh? Scheiben. Scheiben. Ich höre fast aus. Wir schieben die hier durch. So, wo ist denn dann hier? Blau. Schieben uns die hier ran. Ne, das tut's mir jetzt so. So, dann können wir, in der Theorie zumindest hier runter, können hier rüber, können hier verbreiten, können hier orange auswählen, können hier hoch. Wir können dann hier runter, hier rüber, können dann blau auswählen, können dann hier hoch, bleiben bei blau, ziehen uns die hier rüber. So, ach ne, warte mal, wir bleiben nicht bei blau hier. Nehmen das blau, machen uns das lila, wählen hier lila aus, schmeißen hier die Kiste runter. So, wählen uns hier orange aus. So, schmeißen die Kiste hier drauf. So, ne, warte mal, gehen hier nochmal hoch, wählen uns lila aus, gehen hier runter. So, schieben uns die hier hin. So, schieben wir uns die hier hin, damit wir hier hinten... ...rederkirch kommen. ...schieben uns die da ran. ...chieben uns die Nachricht von Bl overe OK. So, du ste cubic Gerät so ...schieben uns hier mit dem kleinen Aublegin! ...schieben uns die da ran. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ja doch, pass mal auf, genau. Ist ja egal. Wir schieben uns dann hier rüber. Oh man. Ist nicht egal. Ist nicht egal. Oh man. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, das passt auch nicht. Das passt doch aber auch nicht. Das passt doch nicht. Wie kriege ich die zweite Kiste hier rüber? Ich kann, da ich nicht hier hoch kann, kann ich nur hier unten rum. Und das kann ich nicht, weil ich hier nicht durchkomme. Und ich muss aber... Oder muss ich nicht? Das passt doch nicht. Ja. Und das heißt, ich muss die Leiter hoch mit der orangenen Sperre. Und das heißt, ich muss... Eine der Kisten umfärben. So... 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 Und dann fällt die hier runter. Oh Oh Ja Scheiße So 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 okay 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 Dann hier wieder hoch Dann müssen wir jetzt hier wieder Umfärben Dann müssen wir Hier auf Lila Müssen hier zurück Schmeißen die hier runter Und hier auf Orange So 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 So, jetzt. Aha. Oh, nein, rammt. Ah, so gut, aber jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Schieben die hier drauf, gehen, ne, warte mal, ja doch, da müssen wir erst uns haben, kurz. So, nehmen die. Zerben die um. Ja, genau. Wir haben die um, schieben die hier wieder zurück. Ähm, scheiße. So langsam. Ja. So langsam. Gehen die hier auf orange. Gehen die hier auf lila. Ziehen die hier ein kleines Stück vor, dass sie von der Leiter weg ist. Gehen die wieder auf orange. Schieben die hier rein. Schieben. Nicht so weit. Gehen hier auf blau. Gehen hier hoch. Das soll ja halt jetzt, wenn wir sie holen. Das heißt, wir holen die, lassen die blau werden. Gehen hier auf lila. Gehen hier hoch. Gehen hier hoch. Schieben die hier rüber. Dann machen wir uns hier den Weg frei. Ah, Moment. Nehmen die hier, lassen die wieder lila werden, so, warte, wir schieben sie noch einen kleinen Tick, ja, warte, genau, so, dann schieben wir die, eh, bockel, ok so jetzt nehmen wir lila und schieben die hier so weit wie möglich rüber dass wir sie nachher greifen können dann nehmen wir uns die ziehen die hier rein lassen die lila gehen aber jetzt hier drüber machen uns blau an stellen die hier drauf machen hier den gleichen spaß noch mal so und dann hier gibt es gar nichts ich weiß nicht warum da unten jetzt der ok jetzt weiß ich wofür der hauptspieler da ist scheibendreck blau 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann sind wir wieder draußen Und dann geht es hier wieder rein Guck mal, da geht das auf Okay Halt, du bleibst da stehen Und da geht das auf Okay Und mit dem Okay, das heißt Jetzt können wir das hier hinschieben Und wir jetzt blau uns holen Warte mal Ach so, nein Warte mal, da gehst du auf Da gehst du auf Und da gehst du auf Du gehst auf Über den Laser ganz unten rechts Mit Bröckelstein, okay Okay Hm Interessant Warte mal, da gehst du auf Warte mal, da gehst du auf Musik Musik No! Goddammit Okay, okay, okay Musik 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 Das ist natürlich ziemlich bescheiden Musik 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 jetzt sind wir die schon mal alle einfarbig, das heißt wir springen jetzt noch einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin und dann können wir das aktivieren was auch immer uns ja ok, orange passt dann können wir hier gelb anraten, können hier raus, können hier hoch, können orange aktivieren, können hier drüber und das bringt uns genau, äh was, bringt uns genau nichts oder wie, das war nur so ein verarscheteil oder wie, äh ja, ok ok ja gut, ok, ich hab's kapiert ich hab's kapiert, ne wartet wir müssen hier lang wir müssen dann hier auf gelb wir müssen dann auf orange wir müssen hier rüber wir müssen blau aktivieren ey, hallo wir müssen hier rüber wir müssen dann irgendwas aktivieren und müssen die kiste hier runter holen so 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 a moment so okay, das heißt wir müssen gucken ja ja dann werden wir die auch orange schwenken egal so dann aktivieren wir blau ja ja knapp, aber ok ok okidoki wie ist das gemeint ok 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 okay habe ich da was davon? So... Ja, ok, einverstanden, wir gehen hier hoch, dann kommen wir, grün, dann geht da hinten die Tür auf, aber wir kommen da nicht durch, wie ist denn das gemeint? ok 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 Machen wir so, dann kommen wir da noch hoch. Ich bin so, dann kommen wir da noch. So, oh okay oh yo bye bye Okay, okay, okay. 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 So. Auch ein neues, hier wieder hoch und dann hier wieder dunkelblau und dann hier wieder drauf. Und dann hier wieder schnell dunkelblau wählen, hier wieder rein. So. Und dann. So. Oh. 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 Oh shit. Okay. Okay. Das heißt. Oh. 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 so so war das ja ok haben wir hier irgendwas schönes interessantes kisten da ist eine lachsfarbene kiste da ist ein schalter ich gucke mal schnell was der schalter tut er stoppt das ganze ok und es hilft mir jetzt momentan gerade wartet mal das hilft mir weil ich dann ja dann habe ich jetzt zwar die kür offen aber sonst habe ja nichts gegen die kür offen tschüss ok da hoch, da hoch, da hoch ok, das heisst man muss diese Kiste beschwingt hier hin ja, da ist klar nein das ist sicher hier 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 Ja, war das nicht. Wir können ja versuchen, jetzt hier drauf zu springen, jetzt hier drauf zu springen, jetzt hier drauf zu springen. Hilft uns. Ja. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache oder wieder zurück wechsle auf orange, dann bin ich wieder am Ende. Äh, vor allem, ich komme hier. Durch was bist du aktiviert, die Tür? Hast du da irgendwie wieder eine Lila-Box? Das heißt, warte mal, wir machen mal Lila aus. Das heißt, wir müssen die Box orange machen. Okay. Das heißt, wir müssen die Box orange machen. So, wir machen die Box orange. Machen das hier aus. Äh, die komme ich jetzt mit der orange Box nach vorbei. Indem wir hier Lila sagen. Hm? Oh. Äh. 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 Okay, one second. Okay, one second. Okay, one second. Okay, one second. Okay. Okay, one second. 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 Okay, two second. Okay, one second. Okay, one second. Okay, one second. Ja. ja aber wenn ich ich soll das gehen soll ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie, wie, wie? Eigentlich kann ich die sicher bewegen lassen, das wäre ja egal. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. So, okay. So, und dann? So. Ja, aber... Und dann? So. Und dann? Und dann so. Den hier. Und dann den hier. Und was hole ich mit der Kiste hier unten? Irgendwas hole ich mit der Kiste hier unten. Und dann? 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 So, achja, die Laser waren ja servis so aus. Egal! So. Gut! Sind wir wieder draußen! Meine Lieben! Für heute ist dann auch wieder Schluss! Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich bei manchen Rätseln mich ein bisschen angestellt habe wie der Ochs vorm Berg. Und ihr wahrscheinlich davor saßt und schon halber in euren Bildschirm reingebissen habt. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Mir auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, auch wenn es die totale Hirnverknotung war. Und ja, wie gesagt, sehr gerne Kommentare, Likes, Abos. Und auch sehr gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt Spaß, spielt weiter, guckt weiter zu. Und auf Wiedersehen.